Hallo und herzlich willkommen auf EPIC, heute bei uns von Holosun, das One 4. Die Technologie schreitet immer weiter voran, ganz speziell in den letzten Jahren hat sich da unheimlich viel getan im Bereich Optik, Waffen, Nachtsichttechnik und Thermal und genau aus diesem Grund haben wir heute das Holosun One 4 für euch. Die älteren Generationen, unter euch kennen das noch, früher hat man durch die Katze geguckt als Nachtsichtgerät, dann kamen die Monokulare und die waren dann zum Teil an der Helmspinne montiert oder halt später dann auch am Helm oder eben auch als Montagelösung für hinter das Rotpunktvisier auf der Waffe direkt war eine okay Lösung. Natürlich hat man relativ schnell erkannt, dass man mit einer Röhre nicht so weiterkommt, deswegen kamen dann die Binokulare, die nach wie vor mit am verbreitetsten sind und dann hier eine Lösung bieten, um eben mit beiden Augen in der Nacht gut sehen zu können. Hier sieht man natürlich aber schon die Problematik, man hat nur eine Optik auf der Waffe. Die ersten Ansätze für die Lösung waren natürlich dann einfach mit einem Laser zu arbeiten, das heißt man hat die Optik eigentlich gar nicht genutzt, sondern hat durchs Nachtsichtgerät geguckt, den Laser eingeschaltet und dann aus der Hüfte geschossen im Endeffekt und später gab es dann hier Lösungen, um die Optik höher zu bringen, um dann zumindest die Sichtlinie mal zu gewährleisten, aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, denn nach den Dual-Nachtsichtgeräten kamen die Quad-Nachtsichtgeräte. Und hier ist es natürlich so, dass beim Quad-Nachtsichtgerät vier Röhren verbaut sind. Das ist ein unschätzbar hoher Wert für den Nahbereich, das heißt sowohl in der Luft für die Piloten von Hubschraubern oder auch im Häuserkampf, man hat einfach eine viel größere Rundumsicht, als wenn ich nur zwei Röhren habe. Aber ihr seht schon, wo die Reise hingeht, man hat natürlich nach wie vor nur eine Optik. Und da hat jetzt Holussan angesetzt, bekannt für Technologie, Innovation und Fortschritt, immer vorne mit dabei und hat das One4 entwickelt. und da hat das One4 entwickelt. Das One4 ist eine Lösung, in der ich hier perfekt mit dem Quad-Eye arbeiten kann. Es ist genauso ausgerichtet, dass man für jede Röhre hier eine Optik hat, basierend auf dem SCRS von Holosun. Da hat man sich gesagt, okay, wir haben hier eine super coole kleine neue Optik, die perfekt auf der Waffe solo funktioniert, aber eben auch für die Nacht hier optimiert werden kann. Und dann hat man das ONE4 entwickelt, eine Montagelösung, vier Optiken, deswegen ONE4. Die Optiken sind hier, wie ich es eben schon gezeigt habe, perfekt auf die Röhren ausgerichtet. Das ist aber nicht alles, denn die Montagebrücke hier hat natürlich auch noch ein bisschen Technologie untergebracht. Die SCRS-Optiken laufen ja mit Solar und einem Superkondensator. Hier im Montagesockel ist ein super Superkondensator untergebracht, der im Endeffekt die Stromversorgung über die Brücke, über alle vier Geräte gleichzeitig steuert. Das heißt, ihr habt hier eine zusätzliche Stromversorgung, die nochmal für eine Ausfallsicherheit sorgt und die eben auch nochmal ermöglicht, dass man hier die Geräte parallel auch ansteuern kann. Das heißt, durch diese Erkennung im Montagesockel kann ich hier an einem Gerät den Knopf drücken und habe dann hier eine Steuerung über alle vier Geräte. Das ist aber noch nicht alles. Ich kann hier natürlich über ein vierfaches Klicken der Plus-Taste an einem Gerät die Synchronisation der vier Geräte ausschalten und kann dann hier getrennt voneinander die Absehen einstellen. Bei den Holosan-Geräten hat man ja immer Punkt, Punktkreis oder eben nur den Kreis. Das heißt, ich könnte hier schon mal verschiedene Absehensarten wählen, um dann zum Beispiel im Anschlag hier den Punktkreis zu haben. Und wenn ich dann einen Präzisionsschuss machen will, wo ich nur den Punkt haben will, dann verkante ich die Waffe einfach und habe hier direkt meinen Punkt. Und wenn ich dann wieder ins Grobe gehen will, kann ich hier noch weiter drehen und habe hier meinen Kreis absehen. Also das ist im Endeffekt nochmal eine schöne Lösung, um schnell zwischen den Absehen zu wechseln, ohne dass ich meine vordere Hand, meine schwache Hand, die die Waffe hält, nochmal verändern muss. Ich kann hier direkt in den Wechsel gehen und natürlich auch die Sachen einzeln einstellen. Ein weiterer Vorteil hier von den vier Optiken ist ja nicht nur, dass man durch jede Röhre einzeln sieht, sondern dass ich damit auch die Vorhalte meiner Ziele konfigurieren kann. Das heißt, wenn ich die Waffe im Anschlag habe, schaue ich durch, schaue natürlich durch meine beiden Primäroptiken hier mit beiden Augen mittig durch und kann dann aber im Augenwinkel schon die Absehen in den beiden äußeren Optiken sehen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, gerade wenn jetzt hier ein bewegtes Ziel vorbeiläuft, dann habe ich das hier, sehe schon, wie es quasi zwischen den beiden Absehen ist, sehe drüben, wo mein anderes Absehen ist und muss dann nur noch die Laufsäle nachziehen, um dann das Ziel mit den Primäroptiken in der Mitte erfassen zu können. Jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, das ist ja ein riesiger Trumm, der hier vorne aufgebaut ist, hat aber mehrere Gründe. Zum einen natürlich hat man hier auch wieder die erhöhte Lage, das heißt, man kommt hier komplett über alle Gerätschaften, die hier im vorderen Bereich aufgebaut sind, drüber. Man hat direkt einen schönen Chinweld auf dem Stock, um hier auch das Nachtsichtgerät perfekt in eine Linie zu bringen mit den Optiken und die Länge der ausstehenden Arme ist so gewählt, dass wenn ich die Waffe hier in der Vorhalte habe vor meiner Brust, in meinem Plattenträger, wo E-Magazine sind, dass da genau in der Aussparung links hier dieser kleine Bügel reinpassen kann und das funktioniert natürlich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Beim Material geht man hier auf ein ganz neues Titanlegierungsverfahren, was das Gewicht drastisch reduziert, das heißt, ihr habt hier für die Montagelösung ungefähr 50 Gramm und da muss man nochmal pro Holosun 150 Gramm rechnen, was euch auf 350 Gramm bringt, das heißt, das kriegt ihr mit keiner anderen Optik so hin, um hier auch so viele Möglichkeiten zu bieten, so viel Spielraum zu haben, wie euch das das Holosun 1.4 bietet. Ja, jetzt kommt natürlich noch der Wermutstropfen, denn so eine Lösung ist nicht ganz günstig. Ihr wisst es ja selber hier, die Quad-Eyes, die liegen bei 40.000, 50.000, also die sind nicht günstig, je nach Röhre natürlich. Und Holosun hat natürlich auch gesagt, für diese neue bahnbrechende Technologie, das lassen wir uns auch bezahlen, aber auch da wieder immer mit einem Blick auf den Endkunden immer kundenfreundlich bleiben. Das heißt, die SCRS-Optiken könnt ihr einzeln erwerben und die sind auch ganz normal in einem Preissegment, wo man ein Rotpunkt-Visier erwartet oder Grünpunkt-Visier in dem Fall. Und hier kann man dann die Geräte einzeln erwerben, dann tut es nicht so weh, wenn man die nach und nach kauft und zum Schluss dann eben die 14-Sockel-Montage dazu holt. Die schlägt dann allerdings mit 5.000 Euro zu Buche, von daher, da müsst ihr dann schon ein bisschen länger sparen. Aber ich sage euch, das ist es auf jeden Fall wert, denn ihr habt noch nie so gut bei Nacht gesehen und ihr habt noch nie so ein gutes räumliches Sehen mit einem Rotpunkt-Visier gehabt. Eins habe ich noch zum Thema Ausfallsicherheit zu sagen. Wir haben hier den Prototyp zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist noch nicht die finale Version, gerade auch was die Brückenmontage angeht. Bei einer Ausfallsicherheit hat man natürlich immer das Thema Elektronik hin oder her, Solar hin oder her. Es kann ein globaler Stromausfall kommen mit einem EMP, was auch immer. Und dann gehen natürlich keine elektronischen Geräte mehr. Man muss sich auf eine mechanische Visierung verlassen. Hier hat man bei einem AR-15-System Kimmo & Korn als Backup-Sites zum Hochklappen. Mit einem normalen Rotpunkt-Visier kann man das natürlich in eine Linie legen. Hier hätte man von der Höhe her, beziehungsweise von der Vorderseite her, den direkten Durchgucker schon da. Das heißt, ich denke, da wird auch nochmal die Waffenindustrie in Zukunft höhere Backup-Iron-Sites bringen, die dann genau hier durch diese Lücke gehen. Aber bis es soweit ist, hat Holosun in der finalen Version, das haben Sie uns schon gesagt, hier beim Holosun-Logo in der Front geplant, den Punkt in der Mitte durchzubohren, dass hier ein Tunnel entsteht. Und genau durch diesen Tunnel kann ich dann durchschauen. Und dann kann ich mir sogar hinten das Backup-Visier sparen. Und habe dann dadurch im Endeffekt hier mit der Montage schon die Backup-Lösung und habe vorne dann nur noch das Korn. Und kann dann damit durchgucken und direkt die Zielerfassung darunter machen. Und ansonsten habe ich oben noch meine anderen Visiere. Wir wissen leider noch nicht genau, wann die neue Montage-Lösung, beziehungsweise das Komplettset des Holosun 14 auf den Markt kommt. Wie gesagt, das ist hier noch ein Prototyp. Die SCRS-Optiken bekommt ihr bereits bei Holosun im Shop. Der Link hierzu ist unten eingeblendet. Dann könnt ihr zumindest schon mal euch die Optiken holen, vier Stück an der Zahl. Und dann müsst ihr nur noch warten, bis die Brücke rauskommt, um hier euer perfektes Setup für das Night Operator-System euch anzuschaffen. Was sagt ihr dazu? Wir finden es einen absoluten Game Changer. Coole Sache und echt gut gelöst von Holosun. Gerade auch hier die elektronische Steuerung über alle Geräte. Man muss nicht jedes Einzelne andrücken. Finden wir einfach perfekt. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Denkt immer daran, die Glocke zu klicken, Like da zu lassen, Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.